So Leute, alles klar. Ja, mal wieder ein Let's Play. Ich habe lange nicht mehr gezockt, habe gerade ein bisschen vorbereitet, habe auch kein Weiß mehr und so, weil das Spiel macht mir jetzt nicht mehr so viel Spaß wie sonst immer. Aber ja, die Framerate ist natürlich wieder am Abkacken. So wie das sein muss halt bei Dark Orbit. Obwohl man ein Premium hat. Moment. So, Moment. Moment. So und ja, ich sollte mal eben kurz, Moment. Moment. Äh, das war eben nicht meine History, die ihr da gesehen habt. Nicht, dass jetzt hier so ein paar LOL-Spieler... Ähm, ne? So. Auf jeden Fall, ähm, der kann erstmal Tschüss sagen. Ja, wie gesagt, ich habe kein Weiß mehr. Kann doch nicht Schüss sagen. So, okay. Nach lange mal wieder. Das schreiben sie alle. So, ja, und, äh, ich bin ein bisschen unmotiviert in dem Spiel. Muss ich ja schon sagen. Hallo. Boah, Lex, Alter. Lex after Lex. Kack-Spiel halt. Und ja, ähm, ja, ich habe eigentlich nicht so viel zu sagen. Also, kam halt keine LPs mehr und so, weil ich keine Lust hatte. Ich habe noch Pro-Booster schon seit über vier Wochen. Und, so, ja, ich mache zwar trotzdem nicht so viel Damage, weil, wie gesagt, kein Weiß, aber... Passiert. Ich glaube, da fickt man einunter, ja? Krass, habe ich einen Hyping. Den kann ich nicht angreifen. Ja, die Gates sind auch anders gemacht worden. Und, äh, ja. Hier mit dem neuen Clan, ähm, ja, der ist so, sagen wir mal... Äh, ja, keine Ahnung, der hat mit fast jedem Clan eine Allianz und so. Lutscher. Komm her, greift mich an. Nee, okay, ähm, ja, keine Ahnung, ich bin nicht so, wie gesagt, nicht so motiviert. Das Spiel macht irgendwie keinen Spaß mehr und so. Und, ja, das ist halt der Clan mit 28 Leuten fürfter Platz. Ich kann ihm mal die Mitglieder zeigen. Moment. Ähm, hier der beste Spieler, ein D7. Dann der Ghost, Poseidon, Rache, Incredible, Incredible, oder, Incredible, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Da ist doch einer. Ach, krass. Boah, krass macht der Damage. Ich kann nicht mehr, ich kann gar nicht mehr so richtig falten. Wie gesagt, ich habe schon alles verloren, vergessen. Verloren kann ich nicht haben, alles. Boah, sieht aus, als hätte ich OS an. Boah, leider sind, ist das, ja, was ist leider, ist eigentlich relativ gut. Ach, jetzt muss das schon sapten, oder was? Achso, nee, ich habe gesappt. Hm. Ich kann mal noch besseres sein. Tschüss. Full Hercules. Tschüss. Big Boy. Alter, der ist nicht immer ein Mist, Alter, bei dem. Krass. Ja, und da, halt, da merkt man schon wieder hier, Skill braucht, muss gekonnt sein. Ja, Skill muss gekonnt sein, ja, erst mal Deutsch muss man können. Krass. Ja, äh, sorry, genau, hier, ne. Hier, apropos Deutsch muss gekonnt sein. Äh, ja, ich, wir haben heute eine Deutscharbeit geschrieben, und, äh, deswegen darf ich jetzt mal so ein bisschen doof reden. Ich bin voll am Arsch, weil, das waren drei Seiten, okay, jetzt denken manche, hey, drei Seiten, Alter, schreibe ich mindestens jeden Tag, ja. Aber bei uns auf Hauptschule, ja, auf Hauptschule Gesche, ist, äh, ist nicht so einfach, so. Hardeskate, Imperator, Watze, kriegt man das jetzt schon? Wegen dem Hardeskate, das wollte ich ja auch nochmal machen, aber, bis ich da erstmal die ganzen Teile zusammen habe, da, da könnte, oh, scheiße, jetzt habe ich das hier in das verschoben, Moment. Ihr seht schon, ich bin so ein bisschen unkonzentriert. Aber wie gesagt, äh, Hauptschule, Hauptschule, schwere Schule, ne, so, okay, ähm, so, äh, Incredible, Knuddel, Knuddelesel, Namensver... Wow, Vega ist hier drin, krass, cool, ist ja gewechselt, naja, äh, der Uzi ist auch noch dabei, der Akt A33, bum bum, mein alter OH, Tequila, unser Oberhaupt, Sheriff Rosco, äh, 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 Master of Killer, ähm, ja, den Namen kann ich nicht aufsprechen, äh, Opfel, Asskick, Roboter, Irgendso ein anderer Starscream, der zweitbeste Spieler auf D7, äh, Kunoi, Winnie, Dark Orbit, irgendso ein, wusste, keine Ahnung, bin ich schon tot, nein? Äh, x-mal Konfi, unfassbar, Electronics Evolution, ja, das sind, dann halt die Noobs. Ich bin nett zu meinem Clan, ne? So, ja, ich bin, ich hab auch grad voll die Kopfschmerzen. Ähm. Gucken, hat Neckar mir, hat Neckar mir schon geschrieben? Gut, aber wenn die überhaupt an ist. Ne, okay, ähm. Wir können ja mal gucken hier. Master Chief. Boah. Ach, der Clicker-Clone ist auch wieder online, ja, ist ja schon mal schön. Ach, guck mal, wer war denn da? War das nicht der gleiche von gerade? Der Full-Herkules-Typ? Oder der Full-Herkules-Noob? Ach, guck mal, der Wizzow! Ach, ist schon wieder am Botten, ja, ist ja, ist ja, klar, klar, na. Die botten halt alle. Na, guck mal, ja. Ach, nein. So, Entschuldigung. Ach, komm schon. Hier, es gibt wieder diesen Bug, dass man, äh, dass die EMP gar nicht mehr so gut wirkt. Aber das kennen wir ja schon bereits von Dark Orbit, dass das... Ach, krass, hier ist ja eine Base. Ich bin so des... konzentriert. Was, was machst du denn? Was willst du? Junge, mach keinen Scheiß. Oh, shit. Krass. Ich glaub, der hat irgendeinen Time-Out oder so. Was machst du denn? Renn doch nicht weg. Kleiner Noob. Boah. Ach, schon wieder so ein... Der willst mich verarschen, Alter. Gott, hier kriegt man noch, ey. Ich bin ein bisschen aggressiv geworden von Black Ops, ey. Das Spiel, das geht auch gar nicht mehr, ey. Die ganzen Kack-Lappen, die alle am Campen sind und... Krass. Wuhu. Ja. Hier, guck da, das ist hartes Gate. Ja, komm mal, Lammstufe rot, geh den anderen auf den Sack. Fummatsch. Genau, auf den Sack, hab ich gesagt. Ja, und ich mach das Video jetzt eigentlich auch nur, um euch so zu zeigen, dass ich noch nicht tot bin oder so. Auf jeden Fall, das Gate ist das schon geil gemacht, so. Nur irgendwie, der Bugg das noch irgendwie ein bisschen rum. Oder leckt das rum, hab ich gehört. Bei mir zwar irgendwie nicht so. Dann gab's ja auch wieder so einen Ehren-Bug auf D7. Und was das halt bei D7 nicht verpackt ist, ist eher die Frage. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Ich glaub aber, das wird schon zurückgesetzt. Neckermann hatte dann nachher irgendwie... Krass viel Ehre. Und ich war natürlich da nicht online. Mal gucken. Letzte Woche. Ja, hier, guck. Seht ihr, der hat das noch nicht zurückgesetzt bekommen, glaub ich. Auf jeden Fall, äh... Ja. Spitzenreiter, klar. Naja, auf jeden Fall. Ah. Hier, meine Nase mega. Ist auf jeden Fall, äh... Ist auch die ganze Zeit auf jeden Fall, wieso? Auf jeden Fall. Sag ich auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Boah. Mein Hals tut so weh. Naja, egal. Vielleicht mach ich ja auch noch ein bisschen Black Ops 2, lad ich mal hoch. Äh. Und, ähm... Ja. Könnt da mal sehen, wie ich da bin. Bin ich auf jeden Fall nicht gut. CSS bin ich ein bisschen besser. Aber, äh... Apocondus-Fact-Source kann man nicht so wirklich... Let's Playen, sag ich mal. Oder ein kleines Commentary zu machen. Da... Ähm... Ähm... Zwölf... Ich kann kurz... Guckt euch mal, wenn man aufs Fragezeichen... Guck mal, guck mal, was da für eine geile Beschreibung steht. Das ist... Äh... Naja, okay, dann gab's aber auch noch ein Bug irgendwie, dass man irgendwas mit dem Galaxy geht, aber da hab ich nicht gut zugehört. Auf jeden Fall gab's auch ein Bug. Und der Popcorn ist leider bei Duff. Nicht jeder hat einen guten Klanggeschmack, aber... Naja, ne, kann man ja halt nichts machen. Alpha, Beta, Gamma, das sind die einzigen Gates, die man ja noch so ein bisschen spielen kann. Alter, und die anderen, die würde ich nicht mehr anrühren, ey. Krass. Komm schon, Noob. Ah, der ist doch so am Button, ey. Der ist auch am Button. Krass, und das leckt so, Alter, ein FPS von 6! 6! Krass. Ete. Ete, E. Ach, der ist auch am Button. Oh, Mann. Deshalb macht YouTube-Videos, ja? Deshalb kenn ich. Der liebe Dessert. Kommt raus. Ach, komm, du fickst es doch so weg, oder? Verbiss dich doch. Du kleiner Homo. Boah, das Scheiß-Spiel leckt so. Krass, wieso muss ich mal... Wieso tue ich mir das überhaupt an? Hier überhaupt an. Ach ja, hier dieses... Man aß, Matt Rills, das Zeichen von früher aus D1. Oder Global. Ich weiß gar nicht mehr, wo die gezuckt haben. Auf jeden Fall, ähm... Auf jeden Fall, äh... Ja, das Zeichen haben wir, das ist irgendwie das Allianz-Zeichen. Nigger. Immer schön auf die Niggers drauf, die haben's verdient. Krass. Krass, der Houston-EMP. Komm her, Phoenix-Schreck, Alter. Wenn du wenigstens Titel hast, aber... Nein, den hat er ja auch noch nicht. Schiss, weg ist er. Der kleine Homo. Auf jeden Fall. Ich krieg hier ne Krise bei dem Spiel. Es ist... Ich lehme jetzt so viel wie ein unoffentlicher Bitch und kein Bock mehr, wenn ich ehrlich bin. Ich hab Gothic ja jetzt durch. Wahrscheinlich die meisten werden... werden... sich mega freuen, dass ich das jetzt endlich mal durch hab. Alter, du Neger, jetzt bleib doch mal stehen! Stehen! Junge! Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich die Kostik 2 machen soll oder was anderes, aber ich wollte erstmal was anderes machen eigentlich. Ihr könnt da ja mal drunter schreiben, was ich machen soll. Kostik 2 oder was anderes. Ähm, ach, Neger. Boah, das Spiel ist so... Hm... Ach, der ist doch sowieso am Button, oder? Ja. Wieso ist einmal ein O so schlecht, Alter? Das hab ich ja jetzt überhört, Alter. Äh, was war das denn für ein kleiner Noob? Boah, okay, so Leute, jetzt werde ich mal hier den letzten Rest hier so ein bisschen... mehr motivierter reden. Weil das so leckt, ey, das sind ja... Alter, da kann man ja so eine Dia-Show rausmachen. Ah, lol, du wolltest CSS zocken. Ja, sorry. Muss erst... Das ist, äh, ja... Wie gesagt, ich zocke jetzt mehr so CSS und so. Dann muss ich den gleich eben abziehen. Ich warte hier auf dich und weißte. Und auf einmal zockst du Dark Orbit. Ja, normal. Guck, der ist zum Beispiel auch in unserer Allianz. Ja, der hat dieses Zeichen auch hinter. Ja, das schöne Zeichen. Ich weiß gar nicht, ob Neckermann das auch dahinter hat. Ich weiß es gerade gar nicht. Guck mal kurz. Ach, Mitglieder. Aber auf jeden Fall, nächstes Mal, das Erste, was ich mache, ist... Soll ich Nova sagen, der soll dich mal zerstören? Nova, alter, der Kackenlappen. Kann auch so, so nix. Zerstör mal Basen, wenn du, wenn du willst, komm einfach Allianz-Tiers. Ja, siehste, das ist... Hier, den Hurensohn, den muss man töten. Okay, Hurensohn ist es nicht, aber der macht auch Videos, deswegen, ähm... Krass, müssen wir den halt töten, ne? Das ist halt so. Na, wo, wer... Boah, krass, alter, wie viele hier sind. Alter, wer schießt mich überhaupt an, alter, hier... Wer will denn da auf die Frisse, Mensch? Naja, auf jeden Fall... Ähm... Müssen wir hier den erstmal töten. So, jetzt haben wir hier noch einen aus YouTube getötet, weil... Das kann nur einen geben, und das bin so, so ich. Ja, ist ja klar. Und, ähm... Er kommt mit Chat-ATC, oh... Lian, du bist doof. Und du bist, ähm, Video. Aber ich muss auch sagen, er hat mich früher platt gemacht, das kann ich auch mal sagen, sonst, äh, sonst schreibt er das nachher in den Kommentaren. Lian, du bist sexy, ich weiß. Ne, aber, alter, krass, ich krieg bei dem Spielen, äh... Ne, 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 ne... Ne, das will ich jetzt gar nicht sagen. Ach, guck mal, hier, ja... Was macht der denn jetzt auf einmal auf der Map? Der war doch gerade noch auf einer anderen Map. Komm, flieg weg. Kar-Klan, alter, Lach-Klan. Den Scylors. Oh, Mann, Tern of 2... 2,4. Lol. Lol. Na, jetzt, äh, 2,4, scheiße. Oh, iReflex, ich kann ja mal den Kanal zeigen. Ähm, ich glaube, ich jetzt hier gleich tot bin. Das ist ja doch, ne? Oh, süß. Oh, pff. Oh, süß, wenn er wüsste, dass das nur meine Standk- äh, meine... Oh, wenigstens hat der Hades geht. Das ist ja krass. Ach. Hm, Innova. Eh, der stinkt mir zu viel. Nein, krass, alter, die FPS wird immer weniger. Ja, auf jeden Fall. Ähm... iReflex... Relax, Reflex, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ja. Wüscht'n du? Ähm, Dark Orbit. Äh, Dark Orbit. Let's play i. iReflexTV, ne? Re-f-lex-TV. Da, Top ReflexTV heißt der, genau. Pff, 67 Abonnenten, da bin ich auch mal angefangen. Feinde Woche. Aus- ausrasten auf D7. Hat er wohl mich, äh, gesehen. Ah, nein, nein, Scherz. Ne, auf jeden Fall, das ist der... Leon, Leon! Ähm. Tja, wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Hä, ich krieg, ich krieg wirklich Kopfschmerzen bei so nem Spiel, wenn man so ganz ehrlich so schön auf, so 180 FPS zockt, oder so, durch ner Config und so'n Scheiß. Weil ich hab, äh, mein Rechner ist zwar gut für, so aufnehmen, so, bei so ner Scheiße. Äh, Channel in Beschreibung. Hä, leck mich am Arsch, ich hab den schon gezeigt, du Wichser. Ne, auf jeden Fall, ähm. Ähm, so, und das, wenn man jetzt hier auf, dem Dreckspiel hier, komm, ich leck dich jetzt weg, mein Freund. Also, so, naja, wenn's ne Frau wär, so, ne? Nein, aber, ist wahrscheinlich ein Junge. Ähm. Sag mir einfach, wo du bist, und ich plöpp dich. Mit fünf Irissen. TN, wo bist du? Ich bin nicht hier. Sag mir, wo du bist, und... Ich kill dich wieder mit der HE, so wie gestern, mit der Granate. Okay. Ich muss einmal cool sein, und den jetzt hier töten, der hier ist. Alter. Leute, wenn das so weitergeht, dann mach ich, glaub ich, den Hintergrund aus. Krass, wer will hier auf die Fresse? Du willst auf die Fresse, hast du gesagt. Nein. Nein! Flieg doch mit, du dreckige Mann. Okay, komm. Eins, sieben, oder sag mal, wo du bist. Ey, der will doch nur aufs Video, der Homo. Sterb, du dreckige Mann. Okay, eins, sieben. Wie spät ist es? Ach, äh, wie viel haben wir schon aufgenommen? Scheiße, ich musste aus auf Kamera machen, fällt mir gerade auf. Na, 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 super. Na, auf jeden Fall. Haben wir noch Updates drauf? Natürlich haben wir noch Updates drauf. Pro Booster? Haben wir noch? Haben wir noch? Und ich weiß, ich mach jetzt wenig Damage, aber... Ich bin halt so. Ich bin ein normaler Mensch. Eins, sieben, eins, sieben, eins, sieben. Ach, fuck, der gehört ja zu unserer Ali. Ne, dann vergesse ich, vergiss es. Na, ich würde sagen, dann beende ich mal das Video. Ello, Tricks ist es auch, ihr habt da ja gerade gesehen. Oh, Mann. Also, bei DCM ist es schon mal wieder da, dann kann ich auch den Chat schließen. Da bleibt mich dann so, so direkt, wenn ich jetzt irgendwas schreibe. Aber egal. Okay, irgendwie sind wir uns beim nächsten Mal. Kann, wie gesagt, noch ein bisschen dauern, wenn das nächste Mal kommt. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, bis Sommer, man sieht sich. Ciao, ciao.